Jooo, hallo Freunde, zurück zum Let's Play von OMS, ihr seid der Omnibus-Klemmator auf der Map Berlin X10, von dem Atron Berlin X10. Wir fahren heute von Hulsdorf, mal sehen, was da für Linie abgehen. Ja, heute mal mit dem Solaris. Ja, ich geh mal in den Bus rein, mach schon mal die Gare an. Fahrplan 600 ... 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 Alles klar. ... ... ... ... ... ... ... Ist eine sehr kurze Linie sehe ich hier gerade. Das heißt ohne Timer. Achja. Linie Kurs. So. 625 00. UPS! Ich trotte. 625 00. So. Mache ich mal den Umlauf 1. Äh. Nein. Doch schon nicht. Umlauf. Ah. Umlauf. Da bin ich gerade. Umlauf 3. 2. Genau da voll hier. Warte. Straße. Hallo. Hallo. So. So. Dann spule ich meine Bündnis 6. Äh. 129 vor. 9.00. 9.00. Mal sehen ob nach Fahrgästen einsteigen. Mal sehen ob nach Fahrgästen einsteigen. 1.00. Mal sehen ob nach Fahrgästen. 2.00. 9.00. 5.00. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 2.00. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 1.00. 2.00. Vielen Dank. Ah, ich fülle gleich mal rein. Da wollen wir ja los. Ansehen, was ich verpocke. Ach, nix. Oh, hab ich die 25? Ah, ihr habt die 25? Ich muss doch Dings abbiegen. Ich hab's ja echt mal mit den Nummern. Ah. Ah. Ah, da war ganz schön eng hier. Guten Tag. Hi, Manfred. Dieser Straße, Süd. Ah. 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 Alles klar. Dankeschön. Ich weiß nicht, ob ich so schnell bin. 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 Alte Wunsch. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich so schnell bin. 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 Habe ich schon gedrückt? Jetzt habe ich gedrückt. Ich weiß nicht, ob ich so schnell bin. 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 so umgeschildert na wo steht er jetzt ist Betriebsfahrt nach was Delta Stadt Kron 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 oh scheiße wo muss ich jetzt na fehlt doch alles bisschen längere Folge haha ja 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 Wenn nichts ist, heißt es in der Regel geradeaus. Sollte Oh, ich habe Betriebsfahrten. Ist der Puss immer noch so geschildert? Ja, ich muss hier rein. Abplatz? Hä? Da ist ja nichts drauf. Ich habe Betriebsfahrten. Da musste ich hier erfahren. So, Deltostadt, Deltostadt. Na, eigentlich hier. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch nicht gelesen habe. Bin ich mal gespannt. Also hier fällt schon mal die X10 her. Ich weiß jetzt nicht, wo ich ihn muss. Ich weiß jetzt nicht, wo ich ihn muss. Ich weiß jetzt nicht, wo ich ihn muss. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Laut Plan stimmt das! Starnsdorfer Straße. Stansdorfer Straße Da schau mir gleich mit meinem Plan überein Moment mal, dann muss ich mal kurz die Route mal einstellen Route 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 Postfettel So, da will ich hin Komm, zeig mir die Stadthaltestelle Ruhlsdorf Deltorf Ruhlsdorf Stansdorfer Straße Iserstraße Süd Das stimmt aber immer noch nicht Route 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 2 Nein Was ist jetzt hier, äh, möchte ich mal wieder schiefgelaufen? Was ist denn? Das ist ja schon wieder ein Scheiß, äh Postfettel Darf ich hin So Das stimmt, vom Start her Alles klar Hallo 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 Na Freunde, jetzt weiß ich nicht, wie lange ich jetzt schon aufnehme Das wird doch eine bisschen längere Geburt Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt, äh Da waren sieben Minuten rumgefahren Alles zu spazieren gefahren Äh Vielleicht zwölf, 15 Minuten Ah Tja, jetzt weiß ich nicht, ob das so hinhaut Ach, was soll's Mach ich das jetzt noch zu Ende, dann Habt ihr mal ein bisschen gesehen, was graues ist, das eh besser hier einzustellen? Äh Ich spul mal ein bisschen die Seite auf Ähm Zwölf Uhr Zwölf Uhr Zwölf Uhr Na, guck zu hinten von der Seite her Zwölf Uhr Zwölf Uhr Vierunddreißig Nulln Nulln Warte, wie folge ich jetzt da bis viert Warte, wie folge ich jetzt da bis viert Aber für die paar Fahrgäste, die ich habe Brauche ich ja nicht unbedingt einen Doppeldecker nehmen Oh, ein Kedenkpols Vierunddreißig 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 Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ja, hallo. Let's go. Kanada Ali Warum packt hier einer? Echt ey, manchmal haben wir auch voll ins Team geschissen. Ah, ich sehe so. Wie ein cooles Test sind. Ah, echt schön und jegelnd. Sogar echt soll es echt wirklich so aussehen. Ah, ich bin einfach nicht richtig, aber mein altes Schöne ist es hier. Das machen wir heute mal eine längere Folge. Dann kann ich die Linie in einer Folge abhaken. Angefangsschule. Angefangsschule. Aha. Ach du Scheiße. So, bestimmt so war. Wie kann man hier in der Mitte nix? Also, da haben wir Acker. Da haben wir einen Sportplatz. Oh, ist jetzt nur da. Ist denn da hinten? Okay. Oskar Polner Straße. Oskar Polner Straße. Ach so. Ah, ich war bisschen schneller als 30. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Okay. Ich bin jetzt dafür ein Tabelldecker zu nehmen, mit die paar Leute, ja, rausgezogen und verstellt, ehrlich gesagt. Das ist der Fuchonkulo, ein kleiner Sitaro, aber wir haben, ne, Sitaro, wie heißt der denn noch? Sito, Sito, ja. Ich hab heute Sito, ich hab heute Sito, das ist der kleine. Miethofenstraße, Kita. Auch alle Kita. Ja. 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 Ich würde sagen, deine Reihung ist ja noch raus, aber es ist egal. Postviertel, Paul-Linke-Straße. Postviertel. Boah, das ist viel zu lang. Ah, das Maul war schon an Vollmauer. Hab ich aber schon zu Wisserung. Ach du Scheiße, wo muss ich denn hier hin? Ja, wir haben es geschafft. Ja, Freunde, das war's. Mal wieder diese Folge. Ich will mal sagen, wir sind uns bei der nächsten Folge. Für wir von Homs, die Seite um den Postmator. Weiterhin auf der Map. Berlin nicht gesehen. Von dem. Ja. Falls es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir bitte ein Like da. Für Discretel bitte den Kommentaren schreiben. Ihr könnt mich auch abonnieren. Und, ähm, falls es euch schon aufgefallen hat, nach dem Intro-Kommentaren... Ein uhr ist kein Hinweis. Es wird jetzt in fast allen Let's Plays von mir erscheinen. Weil ja auch Let's Plays machen, die ab 18 sind. Und, ähm, das ist ein kleiner Hinweis auch für euch. Ja, okay, Freunde, bis klein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.